jetzt nehme ich noch fifa auf ja 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 aber dann meine ich noch mal oder nimmst du nur einmal lang und dann war es das für eine woche also was heißt im voraus inhalt sag ich mal nicht nur zwei drei folgen maschine und dann ein bisschen mehr verstehst du noch verstehst du nicht verstehe ich voll und ganz dinge weiß schon ich hab schon richtig geile idee wie ich das kanalbanner machen das kanalbanner decken den kanalbanner somit doch etwas rechtschreibung das ist eigentlich immer dass wir so prozent app da da prozent dass mich einfach screenshot und fertig also ich glaube ich werde mir den ordner generell mal hier unten in die tasklist ein shot ein richtiger bauch zu sein ich bin richtiger babo babo hat sich ein bisschen ist gut so aber das ist auch alliedischt zack speichern bei welten minecraft wichtig habe ich denn das jetzt so position alle serie a mein verein durchsuchen muss sowieso nur scheiß leute alles stimmt so wie sieht meine fitness aus das ist im arsch schluss was schluss wie habe nämlich eine richtig geile Idee wie ich den bannern gestalten um ehrlich zu zweit so wird es ist echt eine geile Idee eine geile Idee die leute die geile Idee verständlich Prozent Prozent nein es ist echt so für selber bin ich gerade selber staun wie schlau ich gerade bin oder wie dumm je nachdem ist aus Prozent die er ist weiter hin ein Schaus sie wollen ich bin wenn man es echt alter nein man das ist voll geil ohne witz jetzt mal eine lustige idee ohne witz ich werde mir das mal ganz einfach machen einfach hier mit der unterliegenden ebene verbinden und dann hat man das auch schon der hänger überhören runter machen irgendwie gefällt mir das ja nicht dass der welt die in der aufnahme ist warum ist der welt die in der aufnahme schon verliert ihr ein spiel nach dem anderen alter natürlich logisch schnell mal schön auf die anderen das ist leicht getan schuld das war richtig bis jetzt ist es eine durchaus zufriedenstellende saison der klasse aber für prognosen ist es noch etwas zufrieden nein das war spaß marsch weil man geht ja erst mal auf karl aus machte der stelle schon mehr auf zeit wo das hat sich immer auf zeit spielen ja nur wenn man den kennern und sind vorliegt das ist ein bisschen das zeigt so von schwächen ja weil man den angst hat so war man verliert die und die reisen sind ja auch die die um stelle sei ich mal tritt zu müssen geht nicht mehr und sobald es 3 oder 4 nötigen Gegner steht, einfach mal das Spiel verlassen. Ja, aber ich meine, das ist ja gewonnen, ne? Ja, aber erst so auf stark tun, dann merken, dass man gerade einen voll auf dem Fresse gekriegt. Ok, das stimmt. Das stimmt schon. Also ich spiele meine Spiele generell immer zu Ende, egal wie ich spiele. Ja, ich meine, das ist auch ein bisschen ehrenlos. Außerdem geht es auch ein bisschen so um Spaß. Ich glaube, der Spaß soll im Vordergrund stehen. Das finde ich auch. Also gerade der Spaß, weil ich meine, das nützt ja nichts an die Männer will zu spielen, weil sie kann es ja auch gleich sein lassen. Ja, und wie ich jetzt ja auch nicht leid zu spielen und will es ja einfach nur Quatsch, wenn ich kein Spaß am spiele hätte, weil Schub. Ja, 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 glaubst du. Auch in FIFA mal ab und zu mal ein bisschen scheiße ist, aber gut. Ja, muss man halt so mein Fahrt. Da ist man scheiße. Ja, das ist, das muss man bis mal. Ja, 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 ja. Aber man stimmt. Aber man stimmt nicht, sonst würde ja ja eh zum Schicht zu sich, du wirst unternehmen so und dann vier zum Nied. Ja. Ja. Ja, 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 ja. die Wettbewerb das Spielzeug so wie Backfield 4 zum Beispiel ja, Backfield 4 Benfield 3 war echt gut aber wirklich 4 haben sie wieder zu fuck ja, das war das das war ja auch den Scheiß, der auf EA gewachsen ist weil die wollten ja unbedingt das Spiel vor Call of Duty Ghost rausbringen und haben dann trotzdem gescheitzt und haben dann Dice damit so unter Druck gesetzt dass die selber nicht nur wussten was die ja überhaupt vorbeizieren und die haben das Spiel nur noch mit Bugs raus und im Endeffekt war es so gut wie ein Spiel war weil die immer auskrastet ist, weil irgendein neuer Bug aufgetaucht ist was ich ja ganz witzig finde das ist, ich glaube es ist ein Backfield so wie wir gewollt es bei dieser 1 2 das sind auf das ist die die das sind so sind die die is he going? Ja? Bitch. Is he going bitch? Nee, nee, nee. Boah, viel zu viel geschnürtelt. Ich hoffe, die gefällt der Banner genauso wie mir denn. Ja, ja, bitte schon. Der hat ja auch vom VLT gemacht. Ja, genau, VLT. Ich hab ihn gerade eingespringen und sagte, hey, kannst du mir eben einen Banner machen, bevor der Banner noch ein bisschen hat. Ja. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hinst. Ich muss gerade selber lachen. Der Banner ist vielleicht bescheidig. Mach den. Nee, ist echt ein cooler Typ. Ich finde immer nett, dass der da am Start ist und so. Weil das ist echt ein Typ, wo man sich drauf verlassen kann, wo man weiß, ja, die am 8. ist. Und wenn das macht, macht das jetzt ordentlich. Nee? Ja. Da brauchen wir keine Angst, damit man scheiße rauskommt. Ja, da ab war das. Und damit haben wir, so wie es bisher gehofft ist, wahrscheinlich schon wie vorhin. Gut, gut, gut. Gut, gut. Mario Ball und Telly mit dem 2. Aber natürlich müssen wir auch Dankeschön an Gaming Crew geben, dass sie uns, äh, die Sponsoren, den ganzen Server. Gaming Crew EU. Genau, Gaming Crew EU, weil, äh, beziehungsweise, ich denke mal, der Link von der Website wird auch in die Beschreibung kommen. Ja, äh, wie ich es nicht gerade verschwürze dann, ja. Ja, ich werde dich schon dran erinnern, glaube ich, weil, äh, auf jeden Fall, die sich das Dankeschön, das wieder, äh, gratis, ähm, den Routen setzen dürfen in unseren Server. Ich meine, ähm, die war so nichts bezahlen als 100 Euro bei Nitrado zu blechen, äh, nein, ich würde auch nur so anders hosten, außer bei Nitrado, weil bei Nitrado weiß ich, wie nächstes da läuft es, sei jetzt mal im Endeffekt, weil ich mit anderen sah jetzt mal noch nicht so die Erfahrung habe, was es angeht. Deswegen, da ist, ich wollte gerade sagen, dass Frozen Craft nicht schon die richtige Wahl, äh, das, ähm, das ist schon die richtige Wahl, jetzt nicht nur, weil wir es auf Rat ist, bekommen, aber da, weil ich da auch Leute auch privat kenne, jeden Fall Dankeschön und immer auch so halt ein bisschen Werbung zu machen. Wir sind dann auch gerade am Aufbau, was es angeht, auch mal altes Live-Server und so, also auch mal dreihaltes Live-Server und so, ja, sind auch nette Leute dabei, ich weiß ja, der Markus Nator hat auch schon Bekanntschaft gemacht, die hab ich auch hierher geholt. Ja, im Endeffekt. Und eventuell, wenn ich es darf, dann werde ich dann nachher nochmal, bevor ich das in die Beschreibung kopieren, werde ich dann auch die TS-Daten, oder beziehungsweise TS-Dingsbums, da in die Beschreibung reinpacken, aber da muss ich immer gucken, ob ich das überhaupt darf. Ach, das ist, glaube ich, kein Problem, müssen wir mal mal fragen. Naja, aber ich frage lieber vorher. Jo, lieber vor Fragen als irgendwie im Endeffekt den Spielen auch die Schnauze zu kriegen. Jaaa! Wo wir jetzt auch gerade aufnehmen, schon mal schön. Ja, der ist, ähm, Übergangsweise, da der Frozen Craft in TeamSpeak, ähm, Real Lives, äh, 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 da der Frozen Craft in TeamSpeak äh, ein anderer sein wird, da wir halt da wirklich hundert Plotzen auf dem TeamSpeak packen, oder 110, aber wir sind nämlich gerade noch dabei, oder beziehungsweise haben schon eine Anfrage an TeamSpeak gestellt, dass wir da eine neue, ähm, ähm, Genehmigung bekommen, das wird 500 Slots, wie gesagt, was können wir auf 10 TeamSpeaks ausbreiten. Also, das heißt, 10 TeamSpeaks und 500 Slots könnten wir zum Beispiel machen, so lange rechte Lizenz, ähm, weil wir nämlich auch vor Alters Life natürlich auch, ähm, größere TeamSpeak benötigen, und, äh, das sind ganz okay für Frozen Craft, nehmen wir auch einen, da ja, wie gesagt, die Babos, der, wenn man sich das geholt hat, ähm, auch, äh, temporäre Channel, beziehungsweise permanente Channel, machen können, die sie dann so lange haben, so lange sie auch Babo haben, und, äh, deswegen wollten wir das so machen, weil wenn man bei der TeamSpeak ewig runter scrollen muss, ist auch scheiße. Von daher wollten wir das so machen, und ja. Vielleicht kannst du mal erklären, was den Babo ist. Ja, äh, ach so stimmt, äh, wenn ihr ja manchen nicht kennen... Ähm, ähm, es gibt ja, auf den... auf anderen Servern... Äh, 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 ähm, sowas wie, wie, wie,... Ja, hier haben wir auch, na klar, aber dann auch, äh, jetzt, äh, äh, Elite... und Elite, findest du ein bisschen, denk mir sogar. Äh, naja, denk ich mir jetzt so hat... So heißt, irgendwie jedes... Äh, Elite... ich mir so babo ist halt so ein wort was zu sagen sprachen eingeprägt hat und er dachte ich mir so ja dann lässt sich damit sich etwas schönes ausmachen dann dachte ich mir so okay kommen das ist die gruppe sei jetzt mal nachher und schicken als baro gruppe machen wir barus ausgesagt so als der boss hat er war wohl kommen kann das ist ja geil kommen mit zwei baro sind seit letztem hier im wort gesagt mit rein zu der gruppe und deswegen ist es eigentlich so reinkommen die haben die zwischen apple und apple zu db der gute mann ja deswegen ist es ganz ganz der apple der leider auch aus dem projekt ausgestiegen ist aber ich glaube ich ich sage man sobald der server dann online ist dann wird es auch ein video geben ein infovideo bezüglich beziehungsweise wenn man jetzt einen genauen release termin eröffnungstermin hat dann wird man das auch im infovideo in bei frozen kraften denke ich mal wenn wir das dann sagen wahrscheinlich auch noch eventuell doch dazu dann auf beiden kanälen jeweils also auf ein reich kann ja ja auch von kraftigen auf meinem kanal von welt oder welt nun ja das ist das im fall denke ich mir und es wird auf jeden fall was wir als event gedacht haben dass jeden samstag ein event kommt und zwar eine schnitzeljagd da werden in der farmwelt werden dort kisten geplantet also so von mir manuell wo jeweils sachen sind die man halt finden kann und das wird auch auf jeden fall fallen geben und es ist halt eine schnitzeljagd das ganze doch auf jeden fall eine super sache ja und ich hoffe natürlich auch dass ihr auf so eine idee weil wir halt auch die server ein bisschen ein bisschen individuell gestalten wollen ob ihr da sowas interesse hättet ob ihr sowas gut findet ansonsten ist kritik oder so immer erwünscht solange es genau konstruktive geträgt ist also nicht und natürlich mit begründung also nicht sagen edu und so und woche las vor jenes das ganze wird unter dem namen nicht nicht schnitzeljagd laufen sondern frozenjagd und krafting jeden samsatz eine frozenjagd die frage ist wie viel wie viele leute würden wir denn suchen für das bauteam also ich denke mal für das bauteam werden wir natürlich auch nicht immer zeit da jetzt mal etwas auf dem server zu machen leider da werden in der platz place das sollte natürlich von start haben deswegen die schnitzeljagd drei vier leute wie gesagt von jahren können nicht vertrauen können sie sagen ja da wird konstruktiv ist oder beziehungsweise produktiv ist bei rauskommen es ist ja zu den vier leuten also von daher wie gesagt wenn ihr bock habt das alles bitte denn unten in die kanalbeschreibung an den frozenjagd gleich an den kanal berichten damit wir da gleich alles zusammen haben wenn ich das kann markus nachdaufen müssen so weil er hat auch nicht immer zeit hat sei jetzt mal um in seine nachrichten zu gelocken oder so da mal bevor sie kraften wird auf jeden fall jeden tag einmal vorbeigesteigt ich denke man sie zwischen richtig 16 16 uhr oder so wird auf jeden fall noch vorbeigeguckt zu 15 16 uhr immer so den dreh und dann nochmal so 18 uhr also wenn ihr in dem zeitraum sowas anschauen wird es auf jeden fall gelesen ja und wenn ich natürlich videos kommentieren und aktive kritik schreiben in die kommentare oder in die diskussionen ja und wie gesagt ich höre was noch im aufbau wir können natürlich alles besser machen aber natürlich nur wenn man uns sagt was wir besser machen sollen diese flanke findet keinen abnehmen also da sind wir natürlich auf konstruktive kritik angewiesen natürlich um zu verbessern genau wir machen das also ich mache zum beispiel zum ersten mal der welt die er hat damit oder der welt nur hat damit schon ein bisschen erfahrung gehabt ja ich habe schon mehrere sei jetzt mal keine real life server sei jetzt mal im endeffekt also keine gs web server sondern eher so es geht es geht es geht es geht es zu wollen die halt natürlich im endeffekt auch anders gehostet waren aber der hoste ist leider nicht mehr da aber es ist halt irgendwie da gehostet weil da hab ich halt gute erfahrungen mit und so bauen ist so teuer aber den gibts leider nicht mehr also wie gesagt alles immer nur an welty schreiben ach mitte alles an welty alles an welty alles an frozen crafting bitte spam nicht mein freund zu weil ich krieg dann immer so ne also zum beispiel bei mir ist das so sobald mir jemand schreibt auf mein google mail konto krieg ich immer ne nachricht auf mein handy ich 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 Vielen Dank.